Leute, ich brauche Kippen. Ja gut, ich weiß es, das Rauchen, das ist ja nichts und so, aber das geht auch nicht so einfach da jetzt zu sorgen. Hör auf mit dem Rauchen, hier hast deine zwei, drei und so, das geht nicht, das hätte mal einer früher sagen müssen, ja, und ja, wo ich damals angefangen habe zu rauchen, war keiner da, nur jeder gesagt, hier hast du eine Kippe und so, ist cool, ja, deswegen sollte man gleich die Finger davon lassen, ja, und jetzt, Leute, seht zu, dass ich irgendwie ein paar Kippen kriege, ja, ich flip hier aus in dem Laden, okay, hier ist auch noch hier Wasser drin, da,